Willkommen zu der Champions-Beging-Part-of-Hurrow. Nein, das ist nicht Corona-Time. Es ist nur in der Corona-Time. So. Oh! W-Frühling hat die erste Nacht überlebt. Wow! wikidienstag.ch Ich drücke jetzt hier also so an einem Text rum. Erinnern, Gedenken, Erneuern. Via Telefon und E-Mail sind wir am Versuchen einen ersten Textentwurf zu haben, um dann erst Unterzeichnende zu finden. Nein, das ist nicht die Ausformulierung von dem da. Nein. Sobald der Text steht, kopiere ich den rüber auf meta.wikimedia.org slash wiki slash dienstag und dann könnte man den mit unterzeichnen. Am liebsten natürlich auch von Leuten, die nicht nur unterschreiben bei den ersten, oder? Sondern halt wirklich auch, ähm... What would do to do? Oder, ähm... Ja, also... Ich frage mal ein paar rum. Mithelfen darauf hinzuweisen. Und das könnten ja auch die Käuter sein. Subversiv wäre natürlich das GDI-Institut. Und ich schaue das jetzt mal online und, ähm, alle Links in der Videobeschreibung und, ähm, sei mutig. Okay. 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 Okay.